Mein Name ist Björn, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS-Tools. Ich möchte euch jetzt unseren 3-Arm-Universal-Tankgeberschlüssel vorstellen. Der Tankgeberschlüssel ist für eine Abdeckung von 87 bis 170 mm Durchmesser geeignet. Ich kann ihn einmal verstellen, einmal zusammengedreht und einmal auch wieder auseinander bis maximal. Angetrieben wird der Tankgeberschlüssel über 16 mm Steckschlüssel. Wenn wir ihn angesetzt haben, haben wir hier die Möglichkeit, das Rädchen festzudrehen und ihn zu blockieren. Hier vorne einmal der Stift dient dazu, ihn in beengte Platzverhältnisse einzusetzen. Dieses machen wir jetzt auch einmal. Halten das an dem Stift. Setzen den Tankgeberschlüssel auf. Drehen ihn zusammen. Prüfen die Position ringsherum. Verschrauben die Rändelmutter und nehmen jetzt unseren Steckschlüssel, um die Tankgeberverschraubung zu öffnen. Unser Tankgeberschlüssel ist die ideale Erleichterung, bei beengenden Platzverhältnissen den Tankgeber auszubauen. Spczyćverhältnisse Der Tankgeber Vielen Dank.